Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Odisee-Gemeinde, hier wieder eine kurze Wortmeldung zum Mittwoch. Ja, ich hatte Ihnen gestern die Frage gestellt, was Sie denn davon halten würden, wenn wir hier auf diesem Kanal ein neues Format etablieren würden, in dem Sie mich anrufen und in dem wir uns dann über, ich weiß es nicht, Gott und die Welt unterhalten würden. Ja, und die Zustimmung, die war durchaus gegeben, also der Großteil derer, die unter dem gestrigen Video kommentiert haben, fanden die Idee gut und ja, deswegen nehmen wir uns jetzt mal zur Aufgabe, ein solches Format, in dem, ich weiß es nicht, das wird was dauern, aber in der nächsten Zeit in Angriff zu nehmen und an all diejenigen, die kein Interesse an einem solchen Format hätten. Es bleibt natürlich alles wie gehabt, also die kurze Wortmeldung wird auch weiterhin so erscheinen, wie sie bis jetzt erscheint. Machen Sie sich also deswegen keine Sorgen, es wäre wie gesagt ein zusätzliches Format, das dann wahrscheinlich auch zu einem anderen Zeitpunkt ausgestrahlt werden würde. Also ich denke mal, so Telefonate führt man dann vorzugsweise eher abends. Also müssen wir mal gucken, wie wir das organisieren. Ja, wir setzen uns jetzt jedenfalls dran. Ja, Thema gestern, Sie erinnern sich, der Durham Report und was der da alles zu Tage gefördert hat. Ja, und auch der Spiegel sah sich jetzt auch genötigt, darüber zu berichten und ich kann Ihnen das nicht vorenthalten. Ich zitiere, Russland-Affäre, Trumps Sonderermittler bescheinigt FBI, Achtung jetzt kommt's, schlampige Arbeit. Vier Jahre lang untersuchte John Durham im Auftrag von Donald Trump das Vorgehen des FBI in der Russland-Affäre und stellt der Bundespolizei ein mieses Zeugnis aus. Der Ex-Präsident ist entzückt. Ja, meine Damen und Herren, so geht Propaganda und zwar vom Feinsten, ja, durch Verharmlosung, durch Bagatellisierung, denn tatsächlich hat das FBI gesetzeswidrig gehandelt. Ich möchte noch mal kurz zitieren aus dem Bericht von Durham selbst, das hatte ich gestern schon gebracht. Basierend auf der Überprüfung von Crossfire Hurricane und den damit verbundenen geheimdienstlichen Aktivitäten sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das Ministerium und das FBI es versäumt haben, ihre wichtige Aufgabe der strikten Gesetzestreue im Zusammenhang mit bestimmten Ereignissen und Aktivitäten, die in diesem Bereich beschrieben werden, zu erfüllen. Ja, und dann heißt es in diesem Schmierstück weiter. Hintergrund der FBI-Ermittlungen war die vermutete Einflussnahme Moskaus auf den Präsidentschaftswahlkampf 2016. Ja, meine Damen und Herren, auch hier geht es weiter mit Propaganda durch die entsprechende Wortwahl, denn hier wurde nicht vermutet, sondern unterstellt. Ja, und von wem wurde unterstellt? Ähm, in den Vereinigten Staaten ist man ja da etwas genauer. So, und so berichtet Fox News. Ich zitiere. Was wir heute mit der lang erwarteten Veröffentlichung des Durham-Berichts erfahren haben, ist, dass das FBI als Desinformationsbüro für Hillary Clinton und das Democratical National Committee fungierte. Der Bericht vom Sonderermittler John Durham zeigt uns, dass es dieselben Leute sind, die sie heute über Bedrohungen belehren. Die Demokratie hätte sie fast zerstört, indem sie unsere Geheimdienste dazu benutzte, den damaligen republikanischen Kandidaten für das Präsidentenamt und den später amtierenden Präsidenten Donald Trump ins Visier zu nehmen. Die ganze Geschichte beginnt nicht mit der Manipulation einer Wahl gegen Donald Trump, sondern mit der Manipulation einer Wahl zur Unterstützung von Hillary Clinton. Nur wenige Wochen, bevor das FBI die Ermittlungen zum Crossfire Hurricane einleitete, veröffentlichte Wikileaks zehntausende E-Mails, die bewiesen, dass das Democratic National Committee seine Vorwahlen 2016 zugunsten von Hillary Clinton manipuliert hatte. Die Opfer hier sind demokratische Wähler und Bernie Sanders. Der DNC, also dieser Democratic National Committee, und Hillary Clinton selbst wussten, dass diese Vorwahl manipuliert war. Sie wussten, dass diese E-Mails echt waren. Gemeinsam arbeiteten sie sofort daran, die Leaks zu diskreditieren. Vielleicht erinnern sie sich noch daran. Sie arbeiteten sofort daran, die Idee, dass sie die Vorwahlen der Demokraten manipuliert hatten und ihren Plan, dies zu tun, zu diskreditieren, taten alles als Inhalt russischer Propaganda ab und legten es Donald Trump zu Füßen. Ja, meine Damen und Herren, und wieder mal ist es so, dass das, was jetzt gerade über die Mainstream-Medien läuft, also zumindest in den Vereinigten Staaten, das ist, was Verschwörungsschwurbler schon seit Jahren behauptet haben. Ja, aber Sie sehen, der Spiegel traut sich offenkundig nicht, seinen Lesern diese Erkenntnisse nahe zu bringen, denn es könnte ein lang gehegtes Feindbild, das der Spiegel in den letzten Jahren eben aufgebaut hat, ins Wanken geraten, in dem nämlich Donald Trump höchstselbst als die Ausgeburt der Hölle gilt und die Demokraten als eben die großen Verteidiger der Freiheit herhalten dürfen. Ja, wie gesagt, meine Damen und Herren, in den Vereinigten Staaten ist man da etwas offener, in den Vereinigten Staaten ist man da offenkundig auch etwas interessierter an den Vorgängen. Und ja, so können wir davon ausgehen, dass diese Story hier jetzt gerade erst begonnen hat und wir bleiben weiterhin gespannt am Ball, um zu gucken, was sich daraus noch so entwickelt. Ja, zurück nach Deutschland. Es wurde ja zuletzt ziemlich ruhig um ihn. Karl Lauterbach, Sie kennen ihn alle und nun endlich steht er wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Ich zitiere aus NTV. Prozess um geplante Entführung. Lauterbach. Wünsche mir harte Urteile. Vor dem Oberlandesgericht Koblenz beginnt heute der Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der Gruppe Vereinte Patrioten, die einen Umsturz in Deutschland samt der Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplant haben sollen. Den vier Männern im Alter von 44 bis 56 Jahren, so wie einer 75-jährigen Frau wird vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein und ein hochverräterisches Unternehmen gegen den Bund vorbereitet zu haben. Für den ersten Verhandlungstag ist die Anklageverlesung geplant. Das Quintett war im Laufe des vergangenen Jahres festgenommen worden. Es sitzt in Untersuchungshaft. Die Gruppe, die Ermittler dem Reichsbürgermilieu zuordnen, soll der Anklage zufolge einen dreistufigen Plan ausgearbeitet haben. Ja, meine Damen und Herren, Reichsbürger, Rollatoren und Regimechange, das ist der Dreiklang, vor dem sie sich zu fürchten haben. Das ist es, worüber sie sich Sorgen machen müssen, wenn sie sich schon weigern, sich von einer Schnupfenerkrankung oder vom Wetter in Panik versetzen zu lassen. Wohlgemerkt, es handelt sich hierbei nicht um die Rollator-Gang rund um Prinz Reus, die ja ebenfalls die Republik zu Fall bringen wollte, allerdings mit dezent anderen Mitteln. Ja, und so lesen wir weiter. Zunächst sollte durch Sprengstoffanschläge ein mindestens zweiwöchiger Stromausfall herbeigeführt werden. Anschließend sollte Lauterbach gewaltsam entführt werden, gegebenenfalls nach Tötung seiner Personenschützer, wie es vom Oberlandesgericht heißt. In den dann angeblich ausgelösten bürgerkriegsähnlichen Zuständen soll die Angeklagten eine Versammlung in Berlin geplant haben, um die Regierung abzusetzen und neue Führungspersonen zu bestimmen. Ja, meine Damen und Herren, sehr viel abenteuerlicher wird es heute nicht mehr. Also dagegen wirkt ja der Plan von Prinz Reus geradezu durchführbar, um nicht zu sagen spielerisch einfach. Lauterbach stellt sich jetzt wirklich die Frage, ob Leute, die sich einen solchen Plan wirklich ausgedacht haben sollen, nicht doch besser in der Klapse aufgehoben wären als in einem Gefängnis. Und ja, so möchte ich an dieser Stelle vielleicht Lauterbach selbst zitieren. Es ist abwegig zu glauben, eine Regierung könnte stürzen, nur weil einer ihrer Minister erschossen würde. In meiner Arbeit lasse ich mich durch diese Vorfälle nicht irritieren. Es besorgt mich aber, dass sich solche Gruppen jederzeit bilden können und auch Zugang zu Waffen haben. Ja, damit liegt Karl natürlich goldrichtig, stellt sich natürlich, wie gesagt, wirklich die Frage, ob, naja, bei jemandem, bei dem derart viel im Oberstübchen, naja, fehlgeschaltet ist, ob derjenige überhaupt schuldfähig ist. Ja, und da möchte ich dann vielleicht nochmal Karl Lauterbach zitieren, weiter zitieren. Ich wünsche mir harte und gerechte Urteile. Nur harte Urteile könnten Nachahmer abschrecken. Ja, also hat Karl Lauterbach diesbezüglich leider nicht weiter gedacht. Aber ich denke, hier auf diesen Rechtsstaat dürfte Verlass sein. Und es wird wahrscheinlich zu ganz, ganz harten Strafen für die Beschuldigten kommen. Und dessen bin ich mir sicher. Ja, meine Damen und Herren, jetzt ganz zum Schluss die eigentliche Top-Meldung. Und zwar berichtet die BILD. Jetzt doch, Habeck-Vertrauter greichen muss weg. Ja, leider zeichne ich diese Sendung bereits vor 11 Uhr auf, also vor der angesetzten Pressekonferenz. Ja, aber wie soll ich sagen, Tatsache ist und bleibt ja das Selbstreichen jetzt, wenn man so will, nichts anderes ist als ein Bauernopfer. Der garantiert sehr, sehr weich fallen wird und der auch ansonsten keinerlei, aber wirklich keinerlei Konsequenzen zu fürchten hat. Ich betonte ja eben schon mal, Sie wissen, wir leben in einem Rechtsstaat. Nun, und man muss erwähnen, er hat ja seinen Job längst erledigt. Also er hat ja dieses Positionspapier, Stichwort Wärmepumpe, erarbeitet, das Robert Habeck jetzt wiederum als Gesetz durch das Parlament jagen will. Und ja, ich sag's mal so, selbst wenn Robert Habeck gehen müsste, ja, also hierzulande gibt es doch deutlich mehr aufzuräumen. Ja, also angefangen bei den ja aus dem Ausland finanzierten Stiftungen, Thinktanks, Vereinen, ja, und dann die personelle Verflechtung zwischen diesen Vereinen und der Politik. Und ja, es geht eigentlich um die Frage, wessen Interessen hier eigentlich bedient werden, ja. Und es sagte, ja, Robert Habeck sagte ja selbst, es sind Machtinteressen, ja. Und nun zu glauben, dass diese Interessen nicht mehr vertreten werden, nur weil eben so ein kleines Licht wie der Greichen fort ist, ja, das ist, das zu glauben, das wäre, glaube ich, im höchsten Maße mindestens naiv. Und ja, wie gesagt, also ich bin ja der festen Überzeugung, dass ja hier gerade wirklich eine Kampagne läuft, also eine Kampagne, die sich ganz offenkundig auch gegen die Grünen richtet. Und ich könnte mir ja tatsächlich vorstellen, dass diese Entlassung Greichens tatsächlich eine Art Panikreaktion der Grünen gewesen ist. Und das weiß ich jetzt wirklich nicht, es ist, es bleibt jetzt halt, wie gesagt, spannend, also wie diese Kampagne jetzt fortgesetzt wird. Also beispielsweise könnte ja theoretisch auch noch Habeck tatsächlich sein Amt verlieren. Es könnte unter Umständen vielleicht sogar die ganze Koalition zerlegen. Ich weiß es nicht. Wichtig dabei ist halt einzig und allein die Frage, ob irgendwelche, also ob die Vorhaben, die diese Koalition auf den Weg gebracht hat, Stichwort Heizungshammer, ja, ob diese denn dann nach einem Bruch der Koalition auch noch weiterhin fortgesetzt werden. Ja, das bleibt es abzuwarten. So, meine Damen und Herren, wie gesagt, heute ist wieder viel passiert. Wollen wir es dabei für heute belassen, morgen dann garantiert mehr. Dann werde ich vielleicht auch noch mal auf diese Pressekonferenz eingehen, die ja doch jetzt gerade stattfindet. Ansonsten, Sie wissen, wir bringen dieses herausragende Heft heraus. Eigentümlich frei, es ist ein libertäres Heft mit sehr vielen libertären Artikeln. Und diese Woche, nee, nächste Woche leider, erst erscheint dann schon die nächste Ausgabe. Die halte ich dann in die Kamera. Ja, und wie gesagt, wenn Sie uns näher kennenlernen wollen, wenn Sie uns unterstützen möchten, dann beziehen Sie gerne ein Einzelexemplar oder ein Schnupperabonnement oder ein Jahresabonnement, ganz so wie Sie es wollen. Und wenn Sie uns anderweitig unterstützen wollen, das geht auch schon etwas günstiger, nämlich durch eine Kanalmitgliedschaft. Die gibt es schon ab 99 Cent aufwärts, das ist ganz Ihre Entscheidung. Und es gibt die Möglichkeit, uns hier über diesen Thanks-Button zu unterstützen. Und ja, ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal bei allen bedanken, die von diesen Möglichkeiten, uns zu unterstützen, bereits Gebrauch gemacht haben. Also herzlichen Dank dafür. Und wie immer am Ende dieser kurzen Wortmeldung, der verweist darauf, dass ich doch zum nächsten Eurovision Song Contest antreten möchte, um Deutschland gebührend zu vertreten. Ja, aber dazu muss ich erst noch viel, viel, viel bekannter werden. Und damit das gelingt, brauche ich Ihre Hilfe. Also klicken Sie bitte auf dieses Video hier, Steuern sind Raub. Und klicken Sie auf dieses Video hier, Ich lieb CO2. Und teilen Sie diese Videos bitte, bitte überall mit aller Welt und allen Menschen, die Sie kennen. Dafür danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich vorab. Verabschiede mich dann bis Freitag. Morgen ist ja Vatertag. Alles Gute und Tschüss.